Die Reise ins gute Freundeland. Ein Mitmachkonzert für Kinder zwischen eins und sechs. Musik, frühpädagogische Inhalte und ganz viel Bewegung. Eine Stunde Spaß mit Krips für alle Kindergartenkinder, auch für die Kleinsten. Und wohin geht die Reise? Zum Beispiel in das schöne, gute Freundeland. Wir sehen fünf Gespenster durch ein Fenster. Wir reisen in Gedankenklapp durch jede Wand und singen dabei immer wieder neue Lieder. Also Kinder, wie sieht's aus? Das wär doch wunderbar. Eine Reise. Wenn ihr Lust habt, ruft noch einmal Ja! Ja! Gute Laune, Spaß am Spielen und ein bisschen Zeit. Das ist alles, was wir brauchen. Und schon sind wir bereit. Wir treffen einen Mann mit Schokoladenhand und finden raus, ob Kühe buchen oder muhen. Wir reisen in Gedankenklapp durch jede Wand und singen dabei immer wieder neue Lieder. Also Kinder, wie sieht's aus? Das wär doch wunderbar. Eine Reise. Wenn ihr Lust habt, ruft noch einmal Ja! Ja! Gute Laune, Spaß am Spielen und ein bisschen Zeit Das ist alles, was wir brauchen und schon sind wir bereit Wir fahren mit der Feuerwehr zu einem Brand Sehen eine große blaue Tonne und die Sonne Wir reisen in Gedanken klack durch jede Wand Und singen dabei immer wieder neue Lieder Also Kinder, wie sieht's aus? Das wär doch wunderbar Eine Reise, wenn ihr mitwollt, ruft noch einmal Ja! Auf die Plätze, fertig, los, jetzt fängt die Reise an Und jedes Kind, das mit uns kommt, singt so laut es kann La, 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 la... La, 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 la... Untertitelung des ZDF, 2020